Herzlich willkommen, liebe O-Frau-Leser, hier in der Laurentius-Kirche in Langförden. Bitte kommen Sie rein. Wir befinden uns hier auf der Orgelbühne. Seit 35 Jahren steht dieses gewaltige 30-registrige Instrument hier oben und begleitet den Gemeindegesang in den Gottesdiensten. Und man hat hier oben einen sehr schönen Blick in die Kirche hinein. Man steht hier so zwischen der Decke und dem Boden. Und dieser Standpunkt gefällt mir besonders gut, weil für mich hier deutlich wird, worum es in der Kirche geht. Es geht um die Begegnung der Menschen mit Gott und die Begegnung der Menschen untereinander. Dieses Gebäude wurde in den Jahren 1910 bis 1912 errichtet im neuromanischen Stil und ist hier im Südoldenburger Land ziemlich einmalig und auch einmalig schön, wie ich finde. Ja, ich darf allen UV-Freunden eine besinnliche Adventszeit wünschen, die auch Raum lässt und Zeit lässt für Begegnungen mit Freunden, mit Menschen, denen man vielleicht gerne mal wieder begegnen möchte, aber auch vielleicht in den Gottesdiensten Zeit für die Begegnung mit Gott. Und natürlich wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest.